WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Unterhaltung für zu Hause oder auf der Bühne Man kann immer wieder etwas Neues erleben mit Disney Hier sind Ausschnitte aus dem aktuellen Walt Disney Kinofilm Alle Kinder überall auf der ganzen Welt wissen Sobald sie von ihren Vätern oder Müttern ins Bett gebracht werden und das Licht ausgeht Dass die Monster, die sich in ihren Schränken verstecken, nur darauf warten herauszukommen Aber was sie nicht wissen ist, sie meinen es gar nicht böse Es ist einfach nur ihr Job Oh Niemand ist hier Kein Kind Hier müsste ein Kind sein, das wir erschrecken sollen Ich bin aber voll in Panik, weil hier kein Kind ist Sehen wir doch einfach im Dienstplan nach Ach, das ist doch wirklich peinlich, ist das Na gut, lass mal sehen Neun Uhr steht hier Neun Uhr Jungen Schlafzimmer Jungen Schlafzimmer Intere Molkerei Molkerei? Gib mir das Das heißt innere Mongolei Sieht das für dich wie die Mongolei aus? Im Moment in Erinnerst du dich an die fünfte Klasse, als zwischen dir und Susi Beuels über Liebesbriefe hin und her gingen? Süße Während die anderen brav Geografie gelernt haben, hier ist nicht die Mongolei Jetzt fängt das schon wieder an, natürlich hat wieder der kleine Schuld Wie originell Bestimmt hat er den Dienstplan falsch gelesen mit seinem einen Auge Komm schon, Mike, nimmst doch nicht gleich Persön Das hast du gedacht, oder? Das hast du doch gedacht Ich bin nicht immer gleich der Sensible, ich bitte dich Na komm, Glubschie, wird's ein Freund Hier ist dein Freund Du brauchst dich gar nicht einzuschleimen, damit kriegst du mich nicht um Komm schon Das ist doch schon gut, hm? Hey, rat welcher Planet ich bin Ach komm, rat welcher Planet ich bin, hm? Ja, ja, so gut, ich geh lieber wieder in den Außenraum, bevor mir die anderen die Schokoschnitten wegessen Hey, kommst du denn gar nicht noch, du furchtliche alte Badematte, hm? Guter Hund Lieber, du, 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 großer Hund, hm? Ich geh schon wieder Mach die Tür auf! Mach aaaaaaauuuf! Komm schon, sonst ess ich dir die Schokoschnitten weg Nein! April, April Jetzt die aktuellsten Disney-Filme für zu Hause Zum immer wieder erleben Endlich ist es soweit Jetzt auf DVD Walt Disneys Meisterwerke Ihre Lieblings-Disney-Filme in einzigartiger Qualität Viele wunderbare Abenteuer mit liebenswerten Freunden für die ganze Familie Disney DVD Zauber in einer neuen Dimension Entdecken Sie eine Welt, die Sie so noch nie gesehen haben Hey, pass doch auf! Da ist deine Freundin Du brauchst nur ein klein wenig Hilfe Von Dr. Love Walt Disney Pictures präsentiert Eine Geschichte über Mut Freundschaft Alle da! Treue Du musst aufstehen Und Hoffnung Halten zusammen Dinosaurier Meine Mandantin ist doch keins von Ihren Versuchstieren, Dr. Pavlov Jede Mandantin will aus dem Gefängnis raus, Mr. Thor Dr. Pavlov Meine Mandantin Ist geheult Aber ist Cruella de Vil wirklich geheilt? Ich muss so vieles wieder gut machen Unglücklicherweise hat die Versuchung nun ein überraschend anderes Gesicht Süßes Hähnchen Pass Überall sehe ich Punkte Mr. Will Pruella ist wieder da! Von Walt Disney Pictures Ich werde mich jetzt an der nächsten Generation reichen Nimm die Wölpen! Wölpen? Wölpen? Diesmal brauchen wir 102 Aufgepasst! Hier kommt eine gewalte Ladung Spaß und rasante Action Neu-Punkt! Glenn Close Gerard Depardieu Disney's 102 Dalmatiner Brandneu auf Video und Disney-DVD Rastu Ritz fliegt nur für seinen Job Hallo, wie geht's heute hier? Und hat wenig Spaß Doch an seinem 40. Geburtstag Ist das Kind, das er einmal war, zurück Ich bin nicht verheiratet und hab nicht mal einen Hund Dann werde ich ja der volle Loser! Hu 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 Ami, willst du meine Coby haben? Bruce Willis The Kids Image ist alles Wie alt bist du denn? 40 Das ist echt eins Auf Video und DVD Walt Disney's Meisterwerk Susi und Strolch Ist eine der schönsten Liebesgeschichten aller Zeiten Jetzt haben Susi und Strolch frechen Nachwuchs bekommen Walt Disney Pictures präsentiert Susi und Strolch Teil 2. Kleine Strolche, großes Abenteuer. Übermütig zieht ein kleiner Strolch los, um die aufregende Welt zu entdecken. Dabei bleibt er nicht lang allein. Und zu zweit tobt es sich noch viel besser. Doch dann muss sich der kleine Ausreißer entscheiden. Möchte er ein Streuner bleiben oder bei seiner Familie sein? Exklusiv, die Videopremiere von Walt Disney. Alte Freunde. Neue Freunde. Ein brandneues Abenteuer. Walt Disney Pictures präsentiert Susi und Strolch Teil 2. Kleine Strolche, großes Abenteuer. Jetzt exklusiv auf Video und Disney DVD. Frühjahr 2001. Nun das Neueste aus den Disney Freizeitparks. Es war einmal vor langer Zeit, genau gesagt, letztes Wochenende, als ein sehr lieber Papa mit seinen Söhnen ein verzaubertes Land besuchte. Dort zitterten alle Bösewichte vor ihm. Seine Tapferkeit kannte keine Grenzen. Und obwohl er nicht jede Prüfung bestand, war er am Ende doch ein wirklich cooler Papa. Disneyland Paris. Jetzt im Reisebüro. Komm und lass dich verzaubern. Weitere Neuigkeiten aus dem Hause Disney zeigen wir nach dem Hauptfilm, zu dem wir nun viel Vergnügen wünschen. Immer wieder etwas Neues erleben mit Disney. Sein Name. Lightyear, Sir. Schlachtfeldweltraum. Ein Held im Stetenkampf. Vieles wünschen. Schläge dich, viel Sorg. Doch Buzz Lightyear und seine Space Ranger plagen auf andere Sorgen. Ich bin verschopft. Plan an die Arbeit. Im Dienste der Galaxis, die kleinen grünen Männchen. Oh, oh, oh. Alle zum Shuttle. Ist so unendlich weit. Und noch viel weiter. Captain Buzz Lightyear, Star Command. Nur im Disney Channel. Auf Premiere World. Untertitelung des ZDF.